Die neue Situation startet gegen den FAC. Gibt es einen klaren Appell von deiner Seite an die Fans? Natürlich wünschen wir uns, dass sie alle sehr zahlreich auf die Google rauf pilgern. Ich denke, das Wetter ist perfekt. Die Mannschaft hat sich das auch verdient. Sie hat jetzt wirklich extrem hart und intensiv trainiert und gearbeitet in der Vorbereitung. Ich denke, unsere Spiele haben sich auch gut anschauen lassen. Wir brauchen natürlich jeden einzelnen Fan, jede Stimme, die durchs Stadion schreit, damit wir den ersten Pflichtspielsieg oder den ersten Meisterschaftssieg zu Hause gegen den FAC feiern können. Also bitte 18.30 Uhr auf die Google und unterstützt uns!